Wer hat da denn schon vorrück Richtung 7, wenn ihr einsatzbereit seid? Ja, Emi ist gerade noch nicht einsatzbereit, die warten auf Dora. Ihr sollt jetzt runter bis in den Ort im Prinzip, im Ort eine Firebase aufbauen. Also Ort sichern, nutzt den Wald auch als Deckung vielleicht, Fahrzeug auf der Straße lassen. E-Mail immer noch mobil eingeschränkt, wir schlagen uns so gut es geht zu Dora durch. So, versuche mal um Anderleys 4 zu fahren. Ja, was ist auf dem Weg? Platz zu vorne, jetzt brauchen wir auch nicht mehr kommen. Ja, ich kann dir da smile hinterher. Dann könntest du dich auch mitnehmen, wenn ihr wollt. Kommand springt jetzt auch Richtung Ort. Ich komme jetzt im Auto, ja? Ja, das möchte ich. Okay. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay. Direkt am Treppen unten. Boah, jetzt ist einer hinter euch. Ist noch einer. Ja. Ja, und die zwei, also alle liegen. Ich spreche auch mal. E-Mail, drei Ausfälle, Südwest. Aber ich kann noch nicht mal schnell laufen. Sollen wir das machen? Ich hab das Gefühl, dass die Schüsse nichts machen. Ich stehe denn einen? Ja, verstanden. Ja. Ja, Piki, West. Versagen von Nahbereich, 100, 200 Meter rechts. Der Piki, wir schuss aus ähm, aus West-Düttwest. Okay, verstehe. Ich seh' nix. Was geht da runter? Noch mehr, APG Nordwest. Oh shit. Schnell ist ausgefallen. 2,50 Grad, 2,50 Grad. Schnell ist ausgefallen. 2,50 Grad, 2,50 Grad. Mehrere Kontakte, 2,50 Grad. Guck mal! E-Mail, ich bin bei dir. Puzzle zu deinem Informatik. Guck mal! Guck mal! Die Frage ist, die sich hat jemand Richtung West. Wir sind jetzt zweimal nach vorne. Wir sind getroffen, sind getroffen von West. Von West. Hilfe! Hilfe! Save it! Save it! Ja, komm und hör! Feuer! War das Feind APG oder eigener? Nee! Der war da neben. Der war zu hoch. Mich hat er getroffen. Okay, verstehe. Mich hat er getroffen, weil er wohl geschossen hat. Ja. Beide rein im Eimer. Ich bandagiere mich. Ich wurde auch getroffen, aber ich war hinterm Baum. Der erste hat getroffen, ich sehe zu nah dran. Die Dinger haben echt einen großen Sprengradius. Ich warte kurz, geht mal und es führt weiter weg und dann mache ich nochmal. Habe ich gar keine. Leider. Ja, Panda hat's erwischt. Ich glaube, ich muss dann mal wieder zum Medic gehen, weil ich auch keine Bandagen mehr habe. Also sind jetzt alle weit genug weg. Ist von euch jemand noch Quicklots? Ich habe nämlich keine mehr. Ja doch. Ich brauche am rechten Arm oder am rechten Fuß einen Quicklot. Okay, jetzt bin ich selber selbst schuld. All erwischt. All erwischt. Fühlt sich halt irgendwie an, als hätte ich das Game das erste Mal an heute. Also ich habe den jetzt zweimal getroffen und der will nicht platzen. Ich habe jede Menge. Äh, ich habe noch eins, was ich in der Bafone... Er holt ihr gleich auf den Medic. Explosions-Situation ist nicht ich. Ach so. Ganz ehrlich. Bei euch ist nur ein Mann nicht ansatzbereit richtig. Okay, dann warten wir noch. Äh, Fussel? Geh mal kurz hinter dir hier hin. Ich mach mal kurz eine Auto-Fause. Weil der Medic müsste mir nur das Bein zu machen. Wenn er da ist. Okay, am Stein. Dora, pack dir die E-Mail ein und fahrt die dann mit hier vor? Ja, dann machen wir E-Mail dann einmal aufsitzen bei uns. Command für Bertha kommen. Ja, Command hört. Ja, hier Überreste Bertha sind noch drei Mann ab. Team Lead ist vermisst. Restliche Ausfälle kommen. Ja, verstanden. Team Lead vermisst heißt, der ist auch nicht bei Dora. Könnt ihr das checken kommen? Fussel bei euch. Fussel von uns ziehen zu Fahrzeug.